Die Weltwirtschaft läuft rund, bei den DAX-Unternehmen läuft es auch gut, aber trotzdem kann sich Volker Hellmeier nicht so richtig freuen, der Chefvolkswirt der Netfond AG. Warum das so ist, das möchte ich jetzt mit ihm in diesem Interview sprechen. Schönen guten Tag, Herr Hellmeier. Hallo Herr Kauscher. Herr Hellmeier, fangen wir mit dem Positiven doch mal an. Aufgrund welcher Daten kommen Sie denn zu dem Schluss, dass es in der Weltwirtschaft eigentlich ganz gut läuft? Da gibt es eine ganze Reihe von Daten. Wir hatten zuletzt die IWF-Prognose bekommen, 3,1% Wachstum so im Jahr zuvor und die Basis ist ja immer höher, das ist fantastisch. Wir sehen, dass sich China sehr gut entwickelt. Wir hatten eine Handelsbilanz mit einem neuen Rekordwert, 125 Milliarden US-Dollar Handelsplatzüberschuss, Exporte wachsen mit 7,1%, Importe 3,5%. Das heißt, die größte Wirtschaft der Welt läuft richtig rund, denn diese steigenden Importe, Exporte sind ja Ausdruck einer erhöhten wirtschaftlichen Aktivität. Auch aus Deutschland positive Daten, auch hier ein Handelsplatzüberschuss von 27,5 Milliarden, auch ein Rekord. Also wir haben so viele Rekorde, wir haben DAX-Rekorde, wir haben Nasdaq-Rekorde, wir haben Gold-Rekorde, wir haben Bitcoin-Rekorde. Also hier fällt eins nach dem anderen, es gibt viele Rekorde. Und wie gesagt, die Weltwirtschaft läuft, zum größten Teilen. Und das können wir auch an Arbeitsmarktdaten, Eurozone wieder anschauen, dass Deutschland zwar nicht ganz vorne dabei ist, aber auch mit einem neuen Rekord für 1,67 und 1,67, macht 5 Millionen. Also es gibt viele Dinge, wo wir positiv drauf schauen. Also wenn es in der Weltwirtschaft gut läuft oder so, davon profitiert natürlich auch die deutsche Industrie tendenziell oder traditionell, besser gesagt, immer sehr, sehr exportorientiert. Aber die DAX-Unternehmen, die machen ja 80 Prozent ihres Umsatzes ja im Ausland. Aber hängen bleiben tut der Gewinn ja eigentlich woanders. Stimmt, weil das Traurige ist, als ich mal 1990 die Deutsche Bank verlassen habe, gehörten die deutschen Unternehmen der Deutschland-Age, so nahm man es damals, also den privaten Investoren oder institutionellen Investoren, Versicherungen, da bekamen sie jetzt zurück in die eigene Schuldkunft. Heute gehören 70 Prozent der DAX-Unternehmen ausländische Investoren. Das heißt, die Erträge, die dort erwirtschaftet werden in den deutschen Unternehmen, zwar global, gehen zu größten Teilen eben dann auch zu ausländischen Investoren. Das ist sehr, sehr traurig, denn diese Dividendrenditen, wenn man das historisch war betrachtet, dienen bei sieben Prozent und viel höher als das, was man mit Zinseinkommen erzielen kann. Also von daher ist das sicherlich ein Stück weit eine malade Situation und lass mich einfach noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Wir negieren doch mit unserem Anlegerverhalten unsere eigene Geschichte. Wir wissen aus unserer Geschichte, dass Geld von heute auf morgen einen Wert verlieren kann. Unternehmen wie Siemens gegründet, sind 40 Jahre, die überleben Weltkriege, Hyperinflationen, Währungsschnitte, die überleben alles. Die deutschen Städte, die Unternehmen, sie haben es 1900 gegründet, Vorgänge von Bers, F, Bayer, Edmonik etc. pp. Die überleben alles, nur Geld ist gefährlich und unsere Anleger negieren unsere eigene Geschichte durch die Fokussierung auf Zinseinnahmen. Müsste man eigentlich, wenn man Ihren Worten hört und Ihren Argumenten auf Volk oder so, quasi gibt es da ja nur eine Möglichkeit, sich doch stark in den Aktienmärkten zu investieren. Aber mein Gott, also da reden wir ja schon seit Jahrzehnten drüber, wenn ich so will. Ein wichtiger Treiber für eine florierende Wirtschaft sind natürlich auch immer wieder die Verbraucher. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Momentum. Wir sehen ja eigentlich ganz gute Beschäftigte-Daten in der Eurozone. In der Tat. 167.534.000, der höchste Wert, der jemals gemessen ist, als die Eurozone mal begann. Da lagen wir bei 130 Millionen. Wir hatten auch Einbrüche, zum Beispiel bei Corona von 160 auf 156 Millionen, alles wieder aufgeholt. Also die Zahl der Beschäftigten, wenn man sagt, Arbeit ist das Sozialsystem, was es gibt, das ist etwas Positives. Aber hier müssen wir auch wieder sagen, Deutschland fällt zurück. Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren Anstieg der Arbeitslose gerade von 5,9 Prozent. Das heißt, wir verbessern das Bild eher im Bereich der Arbeitsmärkte, insbesondere bezüglich der Quote, als dass wir hier eine positive Kontribution leisten. Und das sollte uns eben bewusst sein. Und wir aber als Investoren ganz klar sagen, hier durch ein Prisma Deutschland zu schauen und zu entscheiden, ob man an Aktienmärkten dabei sein will oder nicht, wäre vollkommen irre für uns. Also wir müssen sehen, und Sie sagten das zu Recht, 80 Prozent der Umsätze der DAX-Unternehmen waren im Ausland erzielt. Es gibt ja auch US-Unternehmen, die hier produzieren. Zum Beispiel Tesla, die produzieren gerade nicht, weil ein paar Leute meinten, an Strommasten noch Freudenfeuer machen zu müssen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Denn so kam das Prisma, wenn wir auf den DAX schauen, muss in Richtung Weltwirtschaft gehen. Und dann haben wir das richtige Parameter, um das Potenzial angemessen diskontieren zu können. Aber lassen Sie uns noch mal kurz bei den Beschäftigtenzahlen bleiben. Sie sagten völlig zu Recht, also die Zahlen in Deutschland sozusagen sind eben nicht so positiv. Aber selbst im Mutterland der freien Marktwirtschaft, selbst in den USA ist es ja so, dass die jüngsten Arbeitsmarktzahlen ja nun wirklich auch nicht so besonders glänzend sind. Auf ersten Blick glänzt das immer wunderbar. Im Januar 353.000 neue Jobs außerhalb des Agrarsektors, die so gelandet waren, Frau P-Roots. Nun, das waren dann am Ende doch nur 229.000 nach der Revision. Da fragt man sich auch, wie die Datenqualität waren. Jetzt erwartet 200.000 für den Bericht im Monat Februar. Was ist es gekommen? 275.000. Aber insgesamt, wenn wir die beiden Monate nehmen, waren es 49.000 weniger. Schauen wir aber mal. Wir müssen differenzierter anschauen. Es gibt den Establishment Survey, der ermittelt zum Beispiel die Beschäftigung außerhalb des Agrarbereichs über die Frau. Und es gibt den Hauswurz. Und da geht es darum, wie viele Menschen sind eigentlich wirklich beschäftigt. Und im letzten Monat, wo also 275.000 neue Jobs geschaffen worden sind, sind laut dieser Statistik, das Bureau of Labor Statistics, 184.000 Menschen weniger beschäftigt. Also man muss auf das Kleingedruckte schauen. Was sagt uns das denn aus? Es sagt uns aus, dass Menschen offenbar wirtschaftlichen Stress haben, dafür einen zweiten, dritten Job annehmen, aber insgesamt die Zahl der Beschäftigten rückläufig ist. Also insofern ist es der erste Blick, wenn man auf die neuen Prairie-Rolls schaut, die Beschäftigung außerhalb des Agrarbereichs treuert. Wenn man auf das Kleingedruckte liest, dann muss man sagen, Vorsicht. Mehr noch, wenn wir mal auf die Divergenz zwischen dem Establishment Survey, Martha Paywoods, und dem Haushalt Survey-Zahl der Beschäftigten schauen, dann haben wir eine Divergenz, die sich aufgebaut hat, von 9 Millionen. Das heißt, die Anzahl der Jobs ist 9 Millionen höher und im Haushalt Survey hat sich im Grunde genommen nichts getan. Und das ist Ausdruck von Stresszuständen für die Bürger. Das heißt, dass das Einkommen für das Auskommen nicht reicht, sollte man deswegen einen Belegjob, vielleicht auch einen Belegjob nochmal annehmen, um über die Runden zu kommen. Aber wenn Sie auf das Gesamtbild der US-Wirtschaft schauen, dann ist es ja sicherlich so, dass Sie für die US-Wirtschaft zumindest auf jeden Fall deutlich positiver gestimmt sind, als wenn Sie auf die Wirtschaft hier in Deutschland gucken. Da scheinen ja die Konjunkturdaten quasi, ich will nicht sagen täglich, aber immer schlechter zu werden. Also auch in den USA sehen wir ein Eindampfen, also im industriellen Sektor zum Beispiel haben wir zuletzt enttäuschende Daten bekommen. Auch Einzelhandel im letzten Berichtsmonat war auch enttäuschend, der jetzige soll das zu großen Teilen wieder aufholen. Wir sehen aber auf der anderen Seite am Immobilienmarkt, gibt es den Index anhängige Hausverkäufe, Pending Home Shares Index. Da bewegen wir uns unterhalb der Mark von 2009 in der Immobilienmarktkrise. Das heißt, in Teilen der US-Wirtschaft haben wir eine Rezession, in allerlei eine gewisse Resilienz. Aber es gibt riesige Unterschiede. Die Verbraucherstiftung ist bei uns, die FK-Konsumklima in der X-29, extrem schlecht, auch im historischen Kontext. In den USA bewegt sich das in den positiven Gefäden. Das ist ein großer Unterschied. Und es hat etwas auch damit zu tun, dass in den USA investiert wird. Hat ein IRA-Programm, hat eine Idee, wo man hin will, man will die USA reindustrialisieren, man hat einen relativ kleinen industriellen Sektor, hat ihn in der Globalisierung externalisiert. Jetzt will man ihn zurückholen. Ja, mit Programmen, die sind nicht hechtskonform mit WTO, aber lassen wir mal weg. Sie machen Strukturpolitik. Und was macht Deutschland? Ich gebe Ihnen drei Wirklichkeiten. Nichts, gar nichts, sondern überhaupt nichts. Das ist natürlich Übertreiber. Aber ich möchte mich hier auf Herrn Fust, unseren IFO-Präsidenten. Wir haben Geld für jedes Land und für jedes Problem im Dritten. Aber wir haben hier ein ökonomisches Problem. Der DEHK hat gerade in seiner Halbjahrsumfrage das deutlich gemacht. Die Unternehmen erwarten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um Minus 0,5 Prozent. Viel, viel schlechter als das, was von den Wirtschaftsinstituten der Bundesrepublik kommt. Lassen Sie mich schauen. 35 Prozent erwarten eine Verschlechterung der Lage. 14 Prozent eine Verbesserung. Und diese Daten sind prekär. Und das hat etwas damit zu tun, dass dieser Standort eben von den Rahmendaten nicht mehr attraktiv ist. USA verbesserert Rahmendaten. Und wir tun nichts. 3 Milliarden, 3,2 Milliarden soll jetzt dieses Wirtschaftsgesetz. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber nicht absolut hinter Herrn Fust vom IFO-Skript. Der sieht das ganz genauso. Und wenn nochmal alle Einkommen für den Staat und die privaten Haushalten kommen aus der Wirtschaft, wenn wir hier nichts machen, dann werden wir hier Verharmungsprozesse sehen, auch im Sozialsystem mit entsprechenden Folgen auch für die gesellschaftspolitische und politische Stabilität. Ich frage mich, weil wir was waren, wenn Berlin versteht, oder nicht? Und es ist ja zudem ja auch so, dass die Investitionseinscheidungen für die nächsten drei Jahre, die werden ja jetzt getroffen. Genau so, das heißt, in den aktuellen Wirtschaftsstaaten sehen wir doch gar nicht das vollständige Misstrauen der Wirtschaft gegenüber der Politik. Das wird sich jetzt erst in diese Zahlen hineinfressen. Und ich bitte, und das ist wirklich eine Bitte von tiefstem Herzen, ich bitte Berlin endlich diese Komplexitäten zwischen Ökonomie, Staatseinkommen, Steueraufkommen, Einkommen der privaten Haushalte, stärker den Fokus nehmen, weil es das A und O ist für die Nachhaltigkeit, eines staatlichen Gebildes. Und das scheint mir hier, hier scheinen alle anderen Themen wichtiger zu sein, als das Elementarste, das überhaupt uns die Potenz gibt, auch das, was wir im Haushalt machen, machen zu können. Das sind alles Dinge, die aneinanderhängen. Also von daher eine tiefe Bitte, diese Dinge zu berücksichtigen. Und die Halbjahresumfrage jetzt von DIA-Kart, die war dramatisch. 57 Prozent der 27.000 befragten Unternehmen und sagen, die Rahmendaten verschlechtern sich weiter. Und das ist eben so etwas, hat es in der Gefichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. 33 Prozent fahren ihre Investitionen um. Und dieses Votum gegen den Standort, wie gesagt, das materialisiert sich erst in den nächsten Jahren. Das heißt, für die nächsten drei Jahre, selbst wenn wir jetzt um 180 Grad die Politik drehen, aufgrund der Beschlüsse, die jetzt gefallen sind in den Unternehmen, werden wir trotzdem ein Schaden aus dieser gegegene Politik alle allein. Ja, das war nicht nur eine Bitte in Richtung Berlin, sondern ein Appell, und zwar von Volker Hellmeier, dem Chefvolkswirt der NETV-AG. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Hellmeier. Ich danke Ihnen, Herr Karp.